Eine schnelle Botschaft für dich, für genau jetzt. Löse Beziehungen auf mit der Zahl 4. Lass jetzt los. Vergebung bedeutet Freiheit. Wem oder was darfst du vergeben? Wem oder was darfst du vielleicht auch um Vergebung bitten? Wo ist hier noch ein Herzschmerz? An wen hängst du noch? Hier ist etwas unklar. Man hat dich im Regen stehen lassen. Ein jäher Abschnitt. Man möchte hier auch nicht mehr kommunizieren. In einer Verbindung, in einer freundschaftlichen Verbindung oder vielleicht auch einer Intimitätsverbindung. Hier ist ein Cut gemacht worden. Lass es los, lass es frei und gehe deinen Seelen weg, wenn es hier keine Aussprache mehr gibt, beziehungsweise kein Schritt mehr aufeinander zuzugehen. Alles Liebe.